Was geht ab Leute, heute reden wir über mein absolutes Lieblingsthema und zwar Musikvideos. Also heute geht es erstmal nur um Musikvideos aus dem Bereich Deutschrap. Das erste Video, was mir mal direkt in den Kopf schießt, wenn mich jemand fragt, was mein Lieblingsmusikvideo ist, dann kommt mir mal als erstes Rapstar, ich bin dope. Warum dieses Video? Das Video ist nicht aufwendig gedreht oder so. Es ist irgendwie, ich glaube in manchen Stellen sogar auch Handkamera und so. Aber ich finde es schnitttechnisch, es ist einfach schnitttechnisch ein absolutes Meisterwerk meiner Meinung nach. Weil dieser ganze Vibe, der da eingefangen wird, dieses ganze Psychomäßige mit diesem, auch das Colorgrading, der ganze Touch, dieses Grüne die ganze Zeit, was so durch das ganze Video geht und dann diese Psycho-Scenen zwischendurch immer, die so random aneinander geschnitten werden und dann auch passend zur Hi-Hat immer. Das Ding hat einfach so ein perfektes Zusammenspiel aus Beat, Text und Video einfach. Es passt einfach alles perfekt zusammen. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall eines meiner absolut Lieblingsvideos. Ich war komplett geflasht, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich saß wirklich so davor so, boah, richtig krass so und gedreht von Mikis Fontanier. Auch einer, der meistens irgendwie ganz gute Sachen abliefert. Kommen wir zum zweiten Video. Das zweite Deutschrap-Video, was mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn es um gute Musikvideos geht, ist von Siyu. 0,9. Ein absolutes Meisterwerk meiner Meinung nach. 10 Millionen Klicks auf, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll einfach. Das ist, ich meine, ich kann euch direkt meine Favorite-Szene sagen. Die Szene, wo Siyu dem Schaf, was er da hat, ist doch ein Schaf, oder? Oder Ziege? Auf jeden Fall, wie Siyu da diesem Schaf, das eine Windel anhat, auf dem Arsch klatscht. Ich finde, das ist einer der besten Momente allgemein in Deutschrap-Musikvideos auf jeden Fall gewesen. Ich bin nicht klargekommen, als ich das gesehen habe. Und dann ist Siyu in der Badewanne, der asynchron redet mit chinesischem Untertitel oder so. Das Video ist einfach der Shit, ist einfach der Hammer. Und dann, genau, dann ist ja auch noch hier dieser Jeff aus dieser Werbung. Also, er hat den originalen Jeff aus der Werbung in seinem Video. Dann steht er vor einem Flugzeug und hat ein Schaf an der Leine und klatscht dem Schaf auf dem Arsch. Für mich ist, das muss man auch erstmal machen. Vor allem darauf zu kommen, zu sagen, so, ja Siyu, wir haben überlegt, wir stellen dich mal vor so ein Flugzeug und du hast so ein Schaf an der Leine. Und ja, dann performst du einfach da mal. Ja, geil. So, erstmal darauf zu kommen und das dann einfach durchzuziehen. Ich finde, das ist einfach echt gut gelungen. Das ist auch ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Dann kommen wir zu dem dritten Video. Das dritte Video, was mir noch eingefallen ist, ich fahre hundertprozentig, ich weiß ganz genau, dass es, wenn ich das Video ausmache und im Schnitt sitze, werden mir wahrscheinlich noch Videos einfallen, die ich vergessen habe, die wahrscheinlich auch noch richtig geil sind. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, auf jeden Fall das dritte Video, als drittes Video, ist von Lance Butters, Deal With It. Hey, alle wollen wissen, was es mir bedeutet. Hoffnungsträger für Deutschrap, ich bin hin und weg. Es gibt da zwei Zeile, es gibt auch irgendwie den zweiten Teil Raw, den finde ich jetzt, der ist auch ganz nice. Das ist in so einem alten VHS-Look und so, ist ganz gut gemacht. Aber für mich geht es erstmal um dieses Deal With It Video, also den ersten Teil, was so ein bisschen in so einem One-Take, One-Take-mäßig gedreht wurde. Obwohl er die ganze Zeit durch einen Flur, der so geschmückt ist mit so LED-Stripes, die dann so immer aufleuchten und so. Ich schneide euch hier ein paar Szenen rein. Ich stehe sowieso voll auf One-Take-Videos und das ist eines der sehr guten One-Take-Videos auf jeden Fall. Dann als Abschluss ist er ja in diesem Cube, in diesem Würfel aus Stripes und dann kommt auch noch dieser Reh, also dieser LED-Stripes-Regen, würde ich ihn jetzt nennen. Ich glaube ganz ehrlich, meine Lieblings-Szene, meine Favorite-Szene ist, glaube ich, die Komplett-Abschluss-Szene, in diesem LED-Regen steht und einfach nur so runterguckt. Ich glaube, das ist meine Favorite-Szene einfach, weil es dann das ganze Drumherum, dieses ganze Drehen und so, so gut abschließt einfach. Und ja, das war das dritte Video, was mir eingefallen ist. Mir sind bestimmt noch, mir werden wahrscheinlich noch mehrere einfallen, wofür ich mich hassen werde, dass ich sie nicht genannt habe. Aber das sind die drei, die mir jetzt heute eingefallen sind. Wir machen jetzt noch eine Sache und zwar habe ich vorhin Danny und Pascal die Idee zu diesem Video, zu dem Video, was ihr gerade seht, erzählt. Und Danny meinte, er macht eine Vorhersage, welche Videos ich hier reinnehmen werde. Und deswegen rufen wir jetzt live Danny an und gucken mal, ob er recht hat. Oh, hi. Oh, hey. Oh, wie geht's? Oh, hey, wie geht's? So, du bist gerade live in meinem YouTube-Video. Oh, warte mal. Ja. Okay, dann hau mal jetzt deine drei raus, die du denkst, die ich genommen habe. Warte, warte. Also, soll ich die ranken oder ist das egal? Ne, ist egal. Wir gucken nur, ob du die hast. Okay. Alles klar. Also, ich sage, auf jeden Fall ist mit Live-Style der Arme zu ehrlich. Oh, nee, habe ich gar nicht drin. Ah, scheiße. Okay, warte. Nächster Tipp ist, ähm, Krapa-Ita. Scheiße, den habe ich auch nicht drin. Stimmt, aber ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ah, scheiße. Warte, warte. Der letzte, der letzte, äh. Aber du hast gesagt Deutsch-Web, ne? Ja, ja, Deutsch-Web. Okay, ähm. Digga, da musst du eigentlich drauf kommen. Neuer oder älter? Älter. Nein, ich weiß nicht, wie ich sage es dir. Rapstar, ich bin dope. Oh, verdammte Scheiße. Oh, das ist so way back, ne? Ja, aber deine... No way back. Deine sind aber auch... Was hast du gesagt? Easter, ne? Von Hatar auch, ne? Ja, ja, genau. Live-Style von Zeit. Live-Style ist auch gut. Ja, aber gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe gerade eben noch gesagt, dass ich 100%ig welche vergessen habe, die mir gerade nicht einfallen. Das ist so gut, dass du die genannt hast. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, alles klar, Digga, wir sehen uns dann, ne? Okay, Peace out. Peace. Jetzt hat er noch drei Videos genannt, die wir auf jeden Fall noch ansprechen werden jetzt kurz. Ganz kurz. Hatar Easter, muss ich mir einfach noch mal kurz angucken. Stimmt, ey. Stimmt, hat er recht. Hatar Easter war auch ein krasses Video einfach. Ich hatte es einfach komplett in Gold auf seinem fucking Goldthron. Richtig geil. Richtig geil. Okay, das war es dann für heute, Leute. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare Musikvideos, die euch noch einfallen, falls ihr welche habt. Muss nicht Deutschrap sein, aber ich bin, ich gucke mir, wie gesagt, ich liebe Musikvideos. Das ist einfach meine absolute Leidenschaft. Schreibt mir Musikvideos rein, die ihr geil findet, die ihr kennt, die ich vielleicht noch nicht kenne. Und dann gucke ich mir die auf jeden Fall an. Dann macht es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns morgen. Bis morgen. Wir fangen an mit dem ersten Musikvideo, was mir immer direkt in den Kopf stößt. In den Kopf schießt. Mit dem ersten Musikvideo, was mir immer direkt in den Kopf schießt. Sagt man das so?